Heute geht es um Lodikon. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es ein Video, was gesponsert wird von Lodikon. Lodikon ist eine Seite, wo ihr ein Icon-Set von über 500 animierten Icons kaufen könnt. Und wir werden uns heute mal ansehen, was bringt uns das? Bringt uns das irgendwelche Vorteile? Wie funktioniert das? Wie können wir es einsetzen? Und lohnt es sich für mich? Diese Fragen bzw. dieses Vorgehen möchte ich heute in diesem Video durchgehen. Aber als erstes ein riesen Dankeschön an Lodikon, dass sie dieses Video ermöglichen. Das Icon-Set kostet Geld, es ist nicht gratis, es gibt ein kleines Free-Packet, aber es kostet halt Geld. Und grundsätzlich gibt es zwei Punkte. Einmal ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Lodikon, wo ihr mit einem Rabattcode 10% bekommt. Aber grundsätzlich gibt es am Ende des Videos auch ein kleines Giveaway. An dieser Stelle vielen Dank für Lodikon, dass sie das ermöglichen. Und ja, jetzt wollen wir eigentlich direkt loslegen. Falls ihr Fragen oder Probleme mit diesem Video habt, oben in der Videobeschreibung, Discord schlagt Hallo. Schaut vorbei und heute lohnt es sich ganz besonders auf Discord vorbeizuschauen. Aus dem Grund werdet ihr gleich erfahren. Aber naja, jetzt legen wir erstmal los. Viel Spaß und auf geht's. So los geht's mit dem heutigen Video. Wie gesagt geht es heute um Icons und um diese Seite Lodikon. Grundsätzlich der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch ein Code. Falls ihr dieses Icon-Pack kaufen wollt, kriegt ihr mit dem Rabattcode dort Rabatt, nämlich 10%. Und es gibt am Ende ein kleines Giveaway. Dazu bleibt bis zum Ende des Videos. Grundsätzlich, was macht diese, ja, was bietet uns Lodikon an, was wir nicht selbst könnten? Und zwar prinzipiell 500 animierte Icons. Wenn wir hier mit der Maus drüber gehen, seht ihr auch, was genau passiert. Was heißt jede Menge ziemlich cool animierte Icons. Ein paar sind richtig klasse. Ein paar finde ich persönlich over the top. Würde ich jetzt nicht empfehlen zu nutzen. Aber zum Beispiel das hier oben, dieses Loading-Icon mit den drei Punkten, finde ich echt geil. Aber der Clou an der ganzen Geschichte ist mehr oder weniger, was ihr wirklich dafür kriegt. Und das finde ich wirklich gut. Und zwar ist das alles Micro-Interaction. Was heißt, das Ganze basiert auf Lottie und Buddymoven. Dieses Feature sollte dem ein oder anderen älteren Zuschauer bekannt vorkommen. Weil ich habe in der Vergangenheit schon einmal über Lottie ein zweiteiliges Video gemacht. Und es geht darum, dass man aus JSON-Dateien, die man aus Aft-Effekts generiert, interaktive Animationen machen kann. Was heißt, man kann hier wählen zwischen Outline-Icons und Solid-Icons. Und ich kann mit Lottie die ganze Sache interaktiv gestalten. Was heißt, ich kann sagen, es soll nur bei einem Klick passieren, die Animation. Oder nur, wenn ich einen anderen Trigger, wie das Absenden eines Formulares, das Klicken einer Checkbox oder so etwas habe. Damit kann ich das machen. Was heißt, Lottiecon bietet uns einen Haufen JSON-Files, die wir nutzen können, um sie mit Lottie zu animieren. Das grundsätzlich ist schon ein cooles Feature. Aber ihr könnt natürlich auch anders die Sachen einbinden, nämlich einmal mit Lottie-Files direkt oder halt hier als WordPress-Plugin. Das persönlich bin ich jetzt nicht so ein Fan davon. Ich habe es ausprobiert. Ich muss sagen, mir gefällt Lottie einfach in jeder Form besser. Aber das liegt auch viel daran, dass ich WordPress einfach nicht mehr nutze. Grundsätzlich wollen wir jetzt gleich mal angucken, wie das Ganze funktioniert. Und vor allem, wie man auch das Ganze customizen kann. Also wie wir Farben ändern können. Grundsätzlich hier oben auf Essential Pack könnt ihr euch angucken, was es alles gibt. Ihr kriegt einmal 500 animierte Icons als GIF und JSON. Das Wichtigste ist eigentlich, dass diese Datei dabei ist. Was heißt, ihr habt die komplette After Effects-Datei für alle Icons. Und das ist geil, weil ihr könnt die Farbe ändern, ihr könnt Geschwindigkeiten ändern, ihr könnt alles anpassen, wie ihr Lust und Laune habt. Und im Prinzip kriegt ihr, egal wie lange her das gekauft ist, kriegt ihr immer die neuesten Icons, wenn ihr euch die runterladet, mit dazu. Was heißt, ihr kauft es einmal und habt immer mehr Icons. Also es werden in Zukunft ja nicht weniger, sondern immer mehr. Ihr könnt auch zum Ausprobieren einfach mal 50 Stück gratis runterladen oder halt für 99 Euro das Ganze kaufen. Kaufen ist halt immer so eine Sache. Ich würde nicht empfehlen, für eure persönliche Homepage für 100 Euro Icons zu kaufen. Im Verhältnis muss ich sagen, wenn ihr für einen Kunden arbeitet und 500 Icons habt, die ziemlich cool animiert sind, großenteils, bietet euch das enorm Mehrwert. Für 99 Euro könntet ihr nie im Leben auch nur ein Icon erstellen, wenn man mal von einem Stundensatz von irgendwie 50 bis 100 Euro ausgeht, dann wird das echt problematisch. Und hier kriegt ihr halt für 100 Euro die ganzen Icons mit dazu. Was heißt, man kann eine ganze Menge damit machen. Wir gucken uns jetzt erst mal hier die Icon Library an. Das heißt, welche gibt es eigentlich? Das dauert jetzt kurz. Und hier seht ihr die ganzen Icons. Es gibt also jede Menge von so kleinen Spinnern. Den werden wir gleich ausprobieren. Einen davon bis hin zu Menüs oder hier so einer Checkbox. Das Ganze ist ziemlich cool, finde ich persönlich. Auch wenn ich jetzt so ein Menü hier wahrscheinlich eher mit Bands animieren würde, als Lottie dafür einzubinden. Aber beispielsweise so eine Liste hier finde ich schon ziemlich cool. Wenn man beispielsweise irgendwie so eine Checklist-Überschrift hat oder sowas, kann man damit sicher geile Sachen machen. Grundsätzlich, wie gesagt, könnt ihr euch das Pack einfach mal runterladen. Vor allem einfach das Gratis-Pack würde ich jedem empfehlen, einfach mal runterzuladen und ausprobieren. Und ja, damit werden wir jetzt loslegen und dann mal gucken, wie wir das Ganze nutzen und customizen können. So, und los geht's mit dem eigentlichen Tutorial. Und zwar als erstes gucken wir uns an, okay, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Wir haben uns einen Ordner runtergeladen, einen Zip-File, in dem ist einiges drin. Und zwar das alles. Was heißt einmal eine License, dann so ein lustiges kleines GIF, was hier drin ist. Great Choice, dafür, dass man es gekauft und runtergeladen hat. Ein After Effects-File, das werden wir gleich noch nutzen. Und hier haben wir zwei Ordner. Einmal JSON plus GIF und einmal JSON Collected. Was heißt, wir öffnen jetzt einfach mal das JSON plus GIF und suchen uns das Icon 337, was ich im Vorfeld schon vorbereitet habe. Was heißt, hier unten steht das. Wir öffnen das und hier findet ihr einmal ein JSON, was nur 13 KB groß ist und ein GIF. Das GIF könnt ihr natürlich auch öffnen und hier seht ihr wunderbar die Animation. Die ist natürlich 375 KB groß, ist jetzt auch nicht die Welt, aber es ist auch nicht gerade klein. Das heißt, die JSON-Datei ist natürlich deutlich besser zu nutzen, was Größe angeht. In unserem Fall kopiere ich diese Datei jetzt und habe die jetzt hier in unserer Arbeitsumgebung, das ist meine normale Workspace-Umgebung, die ist in der Videobeschreibung verlinkt, habe ich hier einen Icons-Ordner in dem Dist-Ordner gemacht und hier habe ich das Original-JSON, das ist im Prinzip das JSON, was direkt von Lordecon kommt, eingebunden und ein weiteres JSON namens NewColor. Was heißt, wie man das macht, werde ich euch gleich noch erklären. Wir springen gleich kurz zu After Effects. Und hier habe ich im Prinzip eine Index-HTML, eine Main-SaaS und eine Function-JS. Und wie kann man das Ganze jetzt benutzen? Erstmal mache ich das hier zu und wir haben in unserer Index-HTML einen Ort festgelegt namens Icon, was heißt, ich habe einfach einen Div-Container gemacht mit der ID Icon, wo später unser Loading-Icon hin animiert werden soll. Mehr machen wir hier nicht, deswegen schließe ich das. In unserer Function-JS ist noch nichts drin und in unserer Main-SaaS habe ich lediglich dem Icon eine Größe gegeben, was heißt gesagt, wie groß später unsere Animation wirklich werden soll. Das Ganze können wir ausschließen, brauchen wir auch nicht, weil wir müssen nur Lottie benutzen und Lottie muss als erstes mal installiert werden. Was heißt, als erstes sagt die npm install Lottie-web. Wenn ihr das gemacht habt, können wir das Ganze importieren. Was heißt, ich mache das hier auch nochmal ein bisschen größer. Was heißt, wir sagen jetzt hier Import, machen wir das mal wieder schön hier, so, Import Everything, also Sternchen und hier sagen wir as Lottie from, Anführungszeichen auf, Lottie-web. Was heißt, wir wollen alles von Lottie importieren und jetzt können wir ganz einfach darauf zugreifen, nämlich mit Lottie. Und dann loadAnimation, Klammer auf, hier drin geschweifte Klammer auf und hier können wir jetzt unser normales Lottie-Dokument stylen, was wir aus der Vergangenheit schon kennen. Wie gesagt, wer mehr über Lottie erfahren möchte, unten in der Videobeschreibung habe ich das verlinkt, da habe ich schon mal ein zweiteiliges Video zu gemacht. Wir sagen jetzt hier Container und Doppelpunkt, Document.querySelector, Klammer auf und sagen hier Icon, was heißt, wir wollen unser Element mit der ID Icon auswählen, da soll unser Icon später hin animiert werden. Dann sagen wir Renderer, hier sagen wir SVG, was heißt, wir wollen das als SVG abspeichern, Loop sagen wir True, Autoplay sagen wir auch True und ganz wichtig, unseren Pfad zu unserer Animation natürlich und hier sagen wir Punkt slash Assets slash Icon slash Original.json Was heißt, ihr sagt hier einfach den Pfad, wo die JSON-Datei gespeichert ist und in dem Moment, seht ihr hier schon, ist unsere Datei aufgeploppt. Natürlich sind die Farben jetzt nicht hässlich, aber es ist jetzt auch nicht eure CI-Farbe wahrscheinlich, das heißt, ihr wollt den Custom-Farben geben und das ist ziemlich leicht, deswegen öffnen wir kurz mal die IE-Datei in dem Ordner, den ihr von LordiCon runtergeladen habt und ändern dort die Farbe. So wie im Beginn des Videos angesprochen, könnt ihr natürlich die Animation ändern, wie ihr wollt, da ihr mit dem Icon-Pack die komplette IE-Datei bekommt mit allen Icons. Was heißt, hier steht beispielsweise 500 Outline-Icons, wir wollen die nutzen, was heißt, hier ist 100 bis 999, unser Icon ist die 377, also gehen wir hier mal rein und hier zoomen wir mal runter auf 337, hier Loader 8, da gehen wir mal rauf und ich habe hier im Vorfeld schon die 337 Loader geöffnet, das ist diese Datei hier, wo nicht wirklich was drin war, deswegen habe ich dann die Dots geöffnet und hier habe ich gesehen, okay, hier kann ich die beiden Farben ändern, das habe ich hier getan, das heißt, ich habe einfach die beiden Farben an meine CI-Farben angepasst und jetzt beispielsweise hier drin kann ich jetzt wunderbar sehen, okay, unsere Animation ist jetzt wunderbar in neuen Farben gespeichert, ich kann natürlich auch noch die Animation ein bisschen customisen, wenn ich möchte, das heißt, ihr habt da komplette Freiheiten und könnt daran rumspielen, wie ihr Lust und Laune habt, in unserem Fall sage ich jetzt, okay, das passt mir so, ich möchte das Ganze jetzt speichern, klicke ich hier oben auf Fenster, hier auf Erweiterungen und hier auf Bodymoven, dann sollte sich ein Fenster bei euch öffnen. Dieses Fenster ermöglicht euch jetzt, wenn das alles geladen hat, das dauert etwas, die 337 zu suchen, uns im Fall hier den Loader, wähle hier Destination Folder, unser schon eingebautes JSON ein, was wir halt überspeichern wollen in unseren Farben und in dem Moment kann ich das Ganze abspeichern, was heißt, wenn ich das jetzt so hier habe, kann ich Preview anklicken und sage Current Render, sage das hier, das sieht so aus, was heißt, das ist noch nicht so richtig, das, was wir haben wollen, was heißt, wir sollten es vielleicht einmal abspeichern, jetzt haben wir es gerendert und jetzt können wir das Ganze auch einmal angucken, was heißt, wenn wir das abspeichern, Preview, jetzt sehen wir auch, es hat die neuen Farben, was heißt, das Ganze funktioniert wunderbar und wir können damit jetzt weiterarbeiten, was heißt, das Ganze hier schließe ich und in dem Moment hat sich im Prinzip unser Plugin dafür gesorgt, dass wir das jetzt in unseren Farben abspeichern können und wie das Ganze jetzt im Editor aussieht, gucken wir uns mal eben an. So, nachdem wir die Datei gespeichert haben, haben wir hier jetzt natürlich ein zweites JSON-File, in meinem Fall habe ich das NewColor genannt, wir nennen das jetzt einfach mal New-Color, damit man es auch gut verlinken kann und ändern jetzt einfach in Assets-Icon das hier zu New-Color-Json, speichern das Ganze ab und in dem Moment sollte es gleich neu laden und in meinen CI-Farben erscheinen. Das heißt, ihr könnt das Ganze wunderbar, die Icons, die ihr wollt, in euren CI-Farben erstellen, ihr könnt sie schneller abspielen, langsamer abspielen, komplett verändern, ihr habt komplette Freiheit. Wie gesagt, ihr könnt auch das WordPress-Blug genutzen. Ich persönlich bin kein Fan von WordPress mehr, ich war früher auch ein Vertreter der Kategorie. Mittlerweile muss ich sagen, das System ist veraltet und ich würde prinzipiell auf Lottie setzen, ist es einfach besser, schneller und deutlich angenehmer, vor allem, wenn ihr komplexere Animationsketten erstellen wollt. Aber ja, wenn ihr den wichtigsten Part des Videos jetzt mitkriegen wollt, dann bleibt dran. So, das war es schon wieder mit dem Video für diese Woche, aber jetzt gibt es erstmal natürlich doch das viel Interessantere und zwar das Giveaway von LottieCon. Was heißt, heute gibt es kein Gewinnspiel oder sowas, sondern ich werde wirklich einfach nur einen Rabattcode von LottieCon weggeben und zwar auf Discord. Heute um 18 Uhr werde ich das auf der Plattform im Ankündigungs-Channel als Bild posten und wer auch immer als schnellstes den Code bei seiner Bestellung abgetippt hat, wird 99% auf seine Bestellung bekommen, was heißt, es ist quasi geschenkt. An dieser Stelle, wie gesagt, noch einmal vielen Dank an LottieCon. Ich wünsche euch allen viel Glück dabei und für die, die leider leer ausgehen, wie gesagt, oben in der Videobeschreibung steht ja trotzdem noch ein Link mit dem Rabattcode, wo ihr 10% bekommt, sind auch 10 Euro. Was heißt, schaut einfach mal vorbei, ansonsten sehen wir uns vielleicht heute Abend auf Discord und ja, viel Spaß und bis zur nächsten Woche.